Das, was wir jetzt hier sehen, ist der neue Fall, und zwar, wenn wir von Lehmann noch eine viertel Stunde abwärts laufen, dann sehen wir da wunderbar, was es verfeilt. Wirklich herrlich, hat noch ein wenig Spaß zu sehen hier unten, und man kann noch ein wenig schwimmen. Es ist allerdings kalt, aber eher schön. Wirklich herrlich. Wirklich herrlich. Wirklich herrlich.